So, komm! Boot, 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 boot! Ey, ich komm jetzt erstens. Oh. Schön. Sollen wir unten warten bei der Ampel, oder? Ne, die ist sowieso rot, he? Mhm. Also hier bei der Map brauchen wir den Ampel-Mode dann, gell? Wer die dann sonst privat spielt. Ne kleine Stadtrundfahrt hier. Und auf der rechten Seite sieht man den BGA. Achso, ihr seht noch gar nichts. Ja, hier sind Pfeile. Ist theoretisch ganz einfach. Schön. Alles zu BGA fahren. Alles zu BGA, da hat's genug Platz. Ansonsten kann man bei den Kühen auch noch hier, hier auf der rechten Seite erhoben. Gibt's hinten auch noch für die Kühe. Mein Gott, sie ist nicht schwul. Naja. Schwul. Hä? Fertig. Ist ein bisschen langer Weg, aber passt schon. Gambling. Wo darf ich überholen? Kannst du überholen? Ja? Kann ich? Ich weiß gar nicht, was Justin für Probleme hatte. Ich war ja 42. Er hat doch gesagt, du fährst länger immer auf der Strasse. Ich war 60. Heiz, hier oben ist mir wurscht. Ja, ich geb Gas. Ich geb Gas, ich geb Gas. Siehst du, mir hat genug Platz bei der Brücke. Du hast gesagt, das reicht nicht. Hey, Schottl! Du hast gesagt, ich sag vor. Ja, aber nicht die Häcksler. Und? Oh, nee. Bin ich gleich nicht weg. Ja, ja, ein bisschen zu spät, Junge. Es geht immer noch gar nicht. Ja, bei mir ist das bei mir. Ja, ja, genau. So muss das. Ja, ich kann nicht sagen, ich soll so langsam vorn kriegen. Kollaps. Wie fahr ich denn hier? Ich hoffe auf die Straße. Ich schau mal hier gerade aus. So, hier stoppen wir mal, weil dann der Alex reinkommt. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp. Stopp, stopp. So. Und dann ist es dann nämlich hier. Ich hab keinen Blinker. Aber hier wollen wir jetzt links rein. Ich bin mehr Erden an der Hale. Meine Matschpfütze. Die Matschstraße. Ja, Mierke, da muss man langsam fahren Machst man den Hexler kaputt Geht ja noch gar nicht Es ist alles teuer hier Gar nichts teuer Nein, gar nicht Alles billige Scheiße Klar Also ich weiß nicht, was du für Probleme habt Ich komm dann mit dem Trecker Ja, passt Und Motor ab Ja, rechts und alles geradeaus Was denn? Du, ich fahr bei dir ab Okay Nee, ist gut Da können wir mal loslegen hier Funktioniert hier tiptop Papa, das tippt! Ich fahr vor! Ja, fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Ich fahr! Tumor ist schon Meilen weit voraus Ja Ja, ich fahr bei dir ab! Ja, ich fahr! Du fahr! so wie hängen fest ja da bist du ja links da geht es nicht durch das ist ein tunnel da geht es nicht durch siehst du mal kannst du auf der seite warten bis jemand voll ist also wie schon gesagt ihm diese map gibt es nicht auf motos dann die wird es auch nicht geben auf motos nein hier machen wir nur die geilsten sachen rein die geklaut sind aus anderen maps deshalb waren wir nicht beim motos hoch sondern ist nur für uns für für die youtube meine youtube abonnenten auch noch alles für deine abo ja ich alles wie die abo ist abo geil ich habe gesagt nee das ist nur ein kleines dankeschön die die arme streiten sich oder was weiss 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 ja sorry die das ist das ich ja wieder hoch dann oder oh habe ich total was vergessen ja ich wollte ja sumpf haben aber ich muss noch suchen gibt ja noch ein feld mit sumpf drin ja wir haben doch mal ein display gemacht mit sumpf aber ich weiß nicht ja ich weiß nicht mehr wie die map heißt heißt nicht diese schlucke ich weiß nicht mehr der hat einen geilen geilen sumpf gehabt und den will ich auch haben klauen die ja ich weiß nicht warum naja max hat gesagt er hat mir einen sumpf aber der nicht so tief da wird nur ein bisschen max labert auch viel wenn er tag lang ist ja ja kennen wir ja wir haben ja ein paar davon gar nicht genau hallo alex 60 hat schon noch viel platz muss man also da konstant den komponialen auch da bleibt er hinten im stück der stadt da 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 das hat gedreht bei mir keine probleme Ich hab... 60 FPS So, jetzt haben Sie doch mal... Nee, geht schon Aber... ich warte halt vor jetzt Mit Humor schon gesagt hast du es, heißt was Was? Du hast ja zu Alex gesagt, dass wir warten Ja Der wo als erstes voll wird Zu dem kann er ja hinfahren Genau Das müsste dann funktionieren Also mit... ich hab's so geplant mit zwei Häxlern Weil dann müsste es dann... nachher müsste es dann gehen Wenn da jetzt fahren dann sowieso ein paar ab Da muss eh einer warten dann Ja, komm schon Dann kann dann... äh... Alex kann dann zu jemand anderem abfahren gehen Dann... guck ich nochmal hier wie so... Ups... Wie das denn so aussieht Sorry Hast du es gar nicht bemerkt? Nee Okay... Hab mich nicht gestört hier So, dann müsste ich sie voll arbeits bei den Tumbo Hm, das täuscht Das täuscht Das ist nur mein Vater Morgana, weißt du Wie... Sag doch noch mal, hey, wie früher der hier dann am Anfang ist Voll gestanden wir fahren zum Tricks nebeneinander Ja, aber irgendwie funktioniert das auch nicht mit euch da Das funktioniert, ne? Warum? Ich fahr doch ganz normal Nein, du rausch ab Äh... Er fährt ganz normal mir, er geht immer mit der Ruhe Er fährt normal Ich bin ganz normal hier am Fahren Da ist, da ist aber Konstantin schuld, weil der immer so lang wartet Ja, der Konstantin ist halt nicht so schnell Wir können ja hier schnell warten, machen wir noch eine kurze Kaffeepause Ich will voll werden Wir lassen noch Ähm, bei mir ist sicher deinem zum Spiel verloren Ja, scheiße, ne? Ja Das ist dumm, ja Ich mach immer ganz langsam Ich kann jetzt nur hinfahren Okay 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 Ja, ich will auch hier Jogging voll machen Tschüss Ey, nicht hier, du Bestandfahren hier Geht immer gar nicht Ich kann so Ist es auch seine Anwalt oder meine? Egal, 96 Ich nehm deinen Ja Aber ich bin noch nicht voll tun worden Ja 98 98 99 100 100 So, dann warte mal hier mal Ja, wenn die so langsam sind, hier Ja, was kann ich schon tun, wenn die abfangen hast du schlafen Kommst du? Ja, so schnell kann ich nicht fahren Ja, so schnell kann ich nicht fahren Mehr als mit 16 kmh geht nicht Ja, und helfe Ja 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 Ja, ja Alex Ich geh doch zwei Töne hinlassen, okay? Ja, da kommt ja auch Mia Cat Ja, wir kommen auch da Da kommt sie ja schon Das ist ja schön, dass es hier Abkürzungen gibt Fährst du da über der Brücke runter? Nö Ja Ja, ich will da ne Straße runter machen Ja 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 Ey Was Achso ich kann ja gar nicht fahren, ich hab keinen Abfahrer Ja Du musst warten, tue da Ja ich habe keinen Abfahrer mehr Ey, mach doch mal, ich hab mich gleich geplant bei euch Geht nicht Doch, vielleicht geht's mit ihm Ne, es geht nicht, er kommt nicht hin Probier mal zu fahren, Mia. Fahr einfach weiter. Was geht? Ne, es geht nicht. Das kannst du vergessen. Müssen wir eh warten. Scheiße. 95. 90. Juna hat gleich noch einen, ich glaube. Ne, ich mache was anderes. Na, sie wollen einen, ich hoffe. Genau, ich mache das nämlich, was ich vorhin vorhatte. Ach, vor. Ja. Da gerechnet sind drei Hexler, nicht vier. Du meinst, zwei Hexler, nicht drei. Oder ich habe recht. Genau, so. BGR? Ja, BGR, wie schon gesagt, ja. Oje, 60%. Was macht denn der Alex da? Wie will, wie will sie denn fahren, wenn keiner abfährt? Na, muss man zuerst mal hier gucken. Jetzt kannst du dir vorhören, Mia-Kate. Mia-Kate. Dein Rohr macht nicht mit. Du hast Rohr gesagt. Oh, mein Trecker ist jetzt 100. Mia-Kate macht das Gras weg. Und scheiße auf das Gras, Alter. Tch, 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 tch. Hey. Was? Ja, der Alex wieder. Alles kaputt machen wir. Mhm. Den Hexler kaputt machen, der ist teuer gewesen. Drei Mille. Na ja. Hast du noch genug, ey? Drei Cent hat er noch, wegen dir. Ja, der Trecker hat nicht so viel Zupf am Arsch, aber... Passt. Ah, da kommt ja schon wieder einer. Hey! Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Hm. Wo ist die VGA? Da! Alex, 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 Alex! Beruhig dich da mit dem Hinfahren da, gell? Ja, warum? Alles kaputt machst du hier. Lass einfach Alex nie in Realität fahren. Alex, wo bist du? So. Äh. Flatsch. Oh, lalalala, lalala, 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 lalala. Bebegeben. Hey! Hey, wo willst denn du hin? Das war nicht so geplant. Ich hasse die Giants. Warum? Weil sie das Spiel gemacht haben. Nein, weil ich rausgestorben bin. Nein, oder? Ich gehe dann zu Justin und mache es, okay? Ja, ja. Ja, irgendwie. Aber gleich voll. Wie viele Abfahrer haben wir denn jetzt noch hier? Drei. Ne, drei, oder? So, voll. Geh ich mal leeren. Warte da hin. Geh ich denn du hin? Achso. Mach Pause. Ja, beim Alex muss ich aufpassen. Das ist gefährlich. Fahr weiter einfach. Du sollst aber nicht durch den Bestand fahren. Nee. Das macht nur der Alex. Ja, ich mach das. Ist immer nach bei mir. Komm her, du. Wo bist du? Na, ich fahr ab. Was machen der Konstantin hier hinten? Ja, ich beiß dich für die BKA. Ja, dann fangen wir zu mir, Kat. Dann komm mal mit. Wir machen eine kleine Abkürzung hier. Es gibt nur eine Straße, Konstantin. Wir machen hier eine kleine Abkürzung hier. Vorsicht. Gut aufpassen. Und hier gerade runterfahren. Was gibt denn hier noch eine Straße? Eine späteren Version. Ich hab mal noch. Ich hab mal noch ein bisschen weg. Was kommst du nicht hinterher? Oh, das klappt. Jetzt komm ich wieder. Jetzt komm ich wieder. Wo man sich ganz wegzuhelfen kann. Die Uhr oder... ... ... Das war's für heute. Wo ist ein BGA? Unten, bis wir freigefahren. Gibt zwei große Schilder. Ich weiß nicht, was ist ein BGA? Hat ein BGA gefunden. Ist gut. Da unten ist der Eingang. Hier ist verboten. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Sonst mache ich was, was man nicht machen darf oder sollte Alex? Ja? Was ist los? Ja Ich bin fertig Ich kann hier nicht Ich kann hier nicht Ich kann hier nicht Hände brüchen, ich konnte Ich konnte mich mal weg, konnte ich nicht Jetzt schon Ich bin noch in anderen Wegen, wie ich wollte. Na, habt ihr euch verfahren? Nein, ich nicht. Ich habe den Text angekauft. Warum habe ich nicht verfahren? Nein, ich bin jetzt nicht. Ich bin da. Hier. Ja, fahr. Fahr, 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 fahr. Ich muss nicht auf die Kabine leeren, sondern den Hänger. Ich fahr jetzt. Und wer ist denn jetzt hin? Ah nein. Ich muss ja immer gucken, dass das hintere Rad vom Trecker oben vorne beim Schneideweg ist. Pion da? Ja. Hast du dich verfahren? L.S. hat sie hofft. Nö, oder? Doch. Ist nicht gut. Ja, dann werden wir nächstes Mal dann. Die. 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 Andere spielen dann. Wirklich sagen, sagen wir mal tschüss. Solange hier alle noch drin sind. Tschüss. 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 uters.